Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise, Son of Rome. Vitalien ruft zum Rückzug. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Aha. Lacht mal. Hi Leute. Herr, wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Barbaren wollen einfach nicht aufgeben. Alles klar. Dann schnapp ich mal die Chronik hier. Gut. Dann, ja, würde ich mal sagen, müssen wir das nochmal in die Hand nehmen. Ihr kriegt das Scheibe alleine halt echt nicht gebacken. Die Herren? Los Männer! Zeigt ihnen die Stärke unserer Schilde und die Schärfe unserer Kling. Oh, wir sind noch zu weit weg. Okay. Schilde, los! Stand ab! Halt! Halt! Schilde, los! Wapset euch! Können wir jetzt schon? Nein, noch nicht. Schilde, bereit! Halt, Männer! Testudo, halten! Ja, gut. Bisschen Verlust ist immer. Schilde, Männer! Formation, halten! Stand ab! Können wir jetzt? Ja, gut. Ja, schilde! Halt! Halt! Testudo, halten! So, und die zweite Tour. Alles klar, das war's. So, sehr schön. Jawohl, jawohl. Okay, dann schauen wir mal hier unten. Da dürfte noch eine Rolle sein. Ganz da unten, na gut. Gut versteckt. Okay. Dann geht's wieder zurück. Aber auch, ja, gut, äh, gemacht oder, oder realistisch war, dass ich halt eben mit der Schwerthand hochziehe und nicht mit der Schilder, und da hängt ja schon genug Gewicht dran. Das ist ja, glaube ich, generell relativ viel, ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber generell viel Wert auf die historische Korrektheit, zumindest Ereignisse gelegt worden. Was ich so im Kopf hab, das ist nicht viel. Gut, euch geht's nicht mehr so gut, wie es aussieht. Okay. Gegner? Tatsächlich nicht. Okay, dann müssen wir, glaube ich, da hinten rüber. Ja. Einmal nach oben, da müssen wir dann generell hin. Aber hier hinten dürfte dann die Chronik sein, ja. Schon erkannt. Aber bisher läuft's jetzt, läuft's jetzt deutlich besser, muss ich zugeben. So, nachdem wir das haben, ich glaube, jetzt einfach den normalen Weg weiter. Ich glaube, sonst habe ich auch nicht allzu viele Möglichkeiten. Brauchen wir noch? Scheinbar schon. Ja, das sieht nicht so aus, als würde hier irgendwie noch was abgehen. Und das Wasser färbte sich rot. Hier ist schon? Nö, hier ist erstmal noch nix, wie mir scheint. Hm. Kann ich hier hochklettern? Nein. Das ist, ja, auch ne Leite, die aber auch schon kaputt ist. Hm. Achso, ne. Ja, ja. Hier war's. Dankeschön. Wie viel ist denn eigentlich jetzt noch? Hm. Ein Vista und eine Chronik. Okay. Das ist doch schön. So, die hätten wir nämlich hier. Hm. Wollen wir mal. Ah. Da geht's ein wenig. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin, so wie es aussieht. Das sieht mir nach Gerichtsgeburt aus. Hübsch. Auf jeden Fall hübsch. Alles klar. Möchte ich denn jemanden hier in den Weg stellen? Da unten schätze ich mal. Hallo? Wollen wir noch nicht? Okay. Ah ja, jetzt. Hier kommst du nicht vorbei, Römer. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt noch wieder genug Leben, um weiterzumachen. Oh. Bitte nicht Sandwichen. Dann du noch. So, ein bisschen was haben wir es abgegeben, aber es passt auf jeden Fall. Nachschub, wie mir scheint. Na, wenn ihr meint. Dann bist du jetzt erstmal dran. Dann du. So, ich hab irgendwie das mit dem Block in letzter Zeit wieder sehr vernachlässigt. Muss ich ja sagen. Aber mit dem Ausweichen geht es halt auch. Und das Ausweichen funktioniert zum Glück auch innerhalb einer Animation. Das heißt, Ausweichen kann ich halt wirklich immer. Aber daher ist es halt eben auch meistens wesentlich effektiver. Das ist dann die Gegner halt nicht so schön. Ja, alles klar. Ist ja schon mal viel zu, äh, ja. Viel wert. Brauche ich noch welche? Nee. Dann, aber das ist auch erst draußen. Jörg ist verloren. Wie steht denn die Verteidigung, Soldat? Wir sind von allen Bezirken abgeschnitten und versuchen die Brücken zu halten, aber die meisten von uns wurden evakuiert. Gut. Wenn alle in Sicherheit sind, werden wir Jörg mit dem letzten Boot verlassen. Verstanden? Ja, Herr. Marius, hier lang. Okay, so angeblich wäre hier links eine Chronik. Kann aber leider nichts erkennen. Hm. Genau, da sind wir rausgekommen. Jetzt haben wir halt einmal hier kurz geredet. Vielleicht kommt das aber auch noch später. Also hier ist definitiv nichts. Und da können wir theoretisch nachher noch runter. Wir müssen hiervon berichten. Am besten dem Genat. Kommodus wird für seine Taten büßen müssen. Richtig. Andererseits. Moment, ich komme gleich wieder. Das scheint tatsächlich hier zu sein. Wie gesagt, ich kann ja noch zurück. Schau links mal eine Chronik zu finden. Gut. Also ich sehe nichts. Ich schaue nochmal kurz nach. Eventuell kommt es doch erst später. Oder wie gesagt, laut Beschreibung könnte es hier schon sein. Ne, tatsächlich auch später. Auch hier hätte man, wenn man zum zweiten Mal rausgeht, es halt wie gesagt ein bisschen genau beschreiben können. Okay, die Herren. Hier ist es nämlich. Übernimm das Kommando, Marius. Erreiche unsere Männer auf der Brücke und bring sie zurück. Ich kümmere mich um die Evakuierung. In Ordnung. So, dann haben wir alles mitgenommen, was hier ist. Das ist cool. Das ist cool. Dann werden wir jetzt abfeuern. Kürzen. Dann werden abfeuern. Fester Männer. Fester. Das ist jetzt abfeuern. Gib ihm. So. Nehmen wir noch irgendwie mit, was wir hier kriegen können. Hey, meine schöne Balliste. Zu den Boden, Männer. Los! Hier gehen nirgends vorhin. Pfeiflinge! Wie gesagt, auch hier... ...gerad wieder... ...zu viel aneinandergereiht. Geh, Marius. Ich halte Sie auf, bis das Schiff fort ist. Nein. Ihr müsst gehen. Ihr müsst leben. Der Senat wird euch anhören. Ihr seid ein Kommandant. Sie müssen. Nun geht! Okay. Oder? Oder. Ich glaube, da kommt noch Stickers. Gut, dann wollen wir es auch mal wieder leben. Wird ja gar nicht mehr auf. So, dann holen wir mal die großen gerade mal raus. Na fuck, gerade nicht mehr gereicht. Dann nochmal, wir haben es ja. So, dann höre ich dich nämlich ganz gerne mal platt. Okay. Auf, ein Neues. Ey! So war das nicht geplant. So, Kollegen, wir brauchen es dringend mal wieder leben. Doch, eine ganze Menge Kleinvieh hier. Ja, Schadensbonus wäre, glaube ich, auch ganz cool. Komm, weniger ausweichen, Skipp. So, ich glaube, das geht aber noch eine Weile. So wie es aussieht, würde ich sagen, wir beenden mal hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hau wieder Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.